Ja und somit herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4 und wir spielen mal eine Runde Vorherrschaft beziehungsweise in englisch Dominition so ich habe irgendwie zurzeit gar nicht so Bock auf irgendwie so Fahrzeuge und so eigentlich nicht so unbedingt deshalb mache ich zurzeit so ja so Infanteriespiele irgendwie Dominition Squad Deathmatch und so und ich probiere mich mal als Sniper ich weiß schon ich werde kläglich daran scheitern aber ich probiere es einfach mal wieder so das Problem ist die haben jetzt C die kommen jetzt von da woher ich habe noch keinen einzigen Schuss gehört die haben B bin ich alleine na so fast 4 gegen 3 ich habe wirklich noch keinen einzigen Schuss gehört eigentlich will ich auch gerade ein bisschen defensiv sein weil ja als Sniper rennt man ja nicht unbedingt rein wo piepst es nach der hinten nach zur volle hin zum laufen so toll die sind bei Alpha wo ist mein Team hier ist bald einer endlich mal wieder so es fangt langsam an zu regnen oder war einer ich bin so dumm ich treff einfach gar nichts und mache noch am schluss ein Headshot mit der Pistole okay ist aber irgendwie ja auch keine Teamkameraden und so weiß nicht die ein zwei die sind weiß das heißt die ach wohl ne oder doch der eine hat der Punkte ich wollte schon sagen dass die vielleicht noch nicht gespawnt sind oder so aber stimmt ja nicht der eine hat der Punkte ist grün ist ja nur Squat Alter Falter 19 noch eine Kugel oder so so werde ich wiederbelebt das ist nicht gerade so angehört aber ich glaube ich tue mal die Klasse wechseln weil so ist ein bisschen blöd hier nur mit so zwei drei Leuten so alter hier guck mal wie es hier schon abgeht wie es schon stürmt wir haben gar keine Chance man die nehmen das so schnell wieder ein und wir nehmen C ein die haben A und B wieder eingenommen einmal zum Denkmal Denk ich mal achso das ist ein Kollege so wir müssen hier rein voll in der Mitte Granate also von hinten kam Schuss von vorne kam die Granate jetzt haben wir schon wieder hier C na super und weggesnipert hätte nicht ein paar Sekunden früher kommen können hier der Kollege hier voll schlecht 1 3 so der hat Warnung das spawne ich jetzt mal lieber nicht rennen wir mal zu A du 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 der Kollege hat dasselbe vor so B haben wir noch mit dem Spur gehen sie hin ja guck wir sind bei B B BAM sehr schön und ich treff nicht wo mit dem letzten Schuss Alter du kannst hier nicht wegrennen nicht da ein Gegner mal an wie sie schießt du kannst scheißegal wo du hin rennst du bist einfach tot so wir haben bravo das finde ich voll bravo wir haben A wir haben C ne C wird's ooooh wer ist da bei C boom gar nichts gebracht oh einmal Headshot sehr nice einmal nachladen dun 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 basketballe hui Alter können wir sogar mit dem spielen so ein bisschen A B Alter das haben die schon wieder B ey das ist so ein blödes rumgerenne mit so wenigen Leuten haben halt gar keine Verteidigung das ist eigentlich nur so ein Angriff alle rennen so im Greis wie so blöde Hamster in so einem Rädchen ok gut Aua watch 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 wer ist von uns so alter alter was war das gerade alles explodiert wer schießt wer wer schießt wo wo oh ich will auch also nicht sterben sondern schießen und Kills und Punkte und was man sonst noch so bekommt ah schon wieder feindlich da 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 hab ich noch ne Granate hab ich leider nicht so oh getroffen hab ich was ja genau so ich werd aber immer schön wiederbelebt bleiben mal kurz hier kurz nachladen noch wieder schön leben so B C oh A nehmen wir ein schnell hin und noch ein paar Punkte boah verdammt zu spät jetzt kommt wieder B immer so ein hin und her so A leider nicht getroffen einfach mal so ein bisschen probiert so der sah fast lebendig aus aber nur fast so so alter nur hier Killhilfe kein Kill so A B C wir haben alles Feuerschaftsabriegelung das hört sich ja mal an so nun oh Miner he 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 einfach mal so reingeballert kann sein dass die dann nicht hin gespawnt sind wenn der da war tü 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 wie viel sind das? Einer das ist ja mal eine tolle Runde der versteckt sich jetzt irgendwo der Spawn gar nicht mehr weil er eh keinen Bock hat gegen 5 oh oh was macht er da? boom na schade schade so einmal eine Killhilfe so come on nimm mal kurz ein wenn wir schon hier die Möglichkeit haben machen wir noch ein paar Punkte aber ich habe langsam gar keine Dingsrums mehr äh Muni geht langsam aus so oh da ist noch mal dazu gekommen sind sie mindestens zu zweit ah 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 was passiert bei A was passiert bei A nicht hängen I'm hanging so alle auf den Container so oh Granate aua woher hat der? da ist doch noch keiner gestorben oder? so wie viel sind es? zwei werd mich seelsgleich ein und sterb mhm c wie sind sie denn da hingekommen? scheine gespawnt oder so so einer tot wo ist der andere? sind denn noch beide da? obwohl der eine der Jefferson der hat wohl gar keinen Bock mehr da war er vor obwohl ne da da ist wieder einer d 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 schnell hinterher ne wir nehmen schon wieder einen so der Jefferson auch so und wo gehst du hin? b c ich renne wieder zu b aber ich werd die gehen zu c oh b meiner! Alter wie ich geh immer so schnell das kann es doch nicht sein wir haben luck na doch nix oh ja der A ist schon gestorben ich dachte ich baller da ist rein und vielleicht treffe ich ihn wenn der noch so vorbeiläuft aber hat nicht so ganz geklappt d 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 Und ich bin der erste, ich bin der erste und ich schnapp gleich Werd mal, werd mal, werd mal, werd mal Hallöchen Alter, wie ich rumballer Headshot Ribbon, echt? Okay, habe ich so viele Headshots gemacht? Ich habe nur 6 Kills und einen Headshot Ribbon Wann kriegt man Headshot Ribbon? Bei 5, glaube ich, oder? Meistens nur bei 5, Alter 6 Kills, 5 Headshots Wirklich? Und wo ist er? Wo ist er? Meine! Meine! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo baller da? Ich brauche hier, ähm, Dingsbums Äh Einmal was Neues auf ihm Alter, was ist denn das da? Ah, warte, warte, ich weiß nicht Einmal C Gluck, 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 gluck So viel bringt das auch nicht, oder? Gluck, gluck, gluck Galda, gluck, gluck Oh, das ist ganz da hinten Boah, 2 Granaten Ich glaube, 2 kleine So, jetzt haben wir 7, 3 Positiv Ganz nice So, ich will auch noch einen Punkt. Hilfepunkt. Assist. Ich komme angejumpt. Schon wieder. Geht's doch gar nicht. C, B. Noch. Beides safe. Ich probiere es mal mit C. Was bin ich überhaupt? Medic? Einmal Medic. Ach so, der hat auf drei Dispecten. Der hat das falsch rum. Okay. Kommt das da. Das ist ja blöd. Ich habe immer auf vier um mein Paket. Das ist ja voll die Umstellung. Alter, das hat so flump gemacht. Ich ja nur so einen Flumpen. So, und nun. Ja, die Runde ist eh gleich vorbei. War auch ein bisschen langweilig, aber kann ich jetzt leider auch nichts für, dass da das ganze Team irgendwie rausgegangen ist. Das Gegnerische. Keine Ahnung noch warum. Warum da alle so rausgegangen sind. So, noch eine zweite. Eigentlich habe ich zweimal genau gleich geworfen. Natürlich auch schlau. Dann hätte ich zweimal... Einmal weiter, einmal nicht so weit oder so. Dann hätte ich die Chance sehr größer gewesen, was zu treffen. Aber naja, egal. Jetzt sind die Granaten schon raus. Alter, da hinten. Schuhe bei C. Ich will auch noch... Okay, dann nicht. So, aber noch ein paar Punkte gemacht hier mit den Eroberungen. Ja, das war ja... Gewonnen, das war eigentlich klar. Wir zu fünf gegen einen eine Zeit lang waren und so. Dann, was war es jetzt? Es waren, glaube ich, noch zwei, drei Leute im gegnerischen Team. Ist ja natürlich nichts Besonderes. Ja, immer noch zu zweit.